Ja, moin moin liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir sind mal wieder auf einer ganz anderen Location am Start und zwar aus der Niederlande oder aus den Niederlanden, ich weiß gar nicht, wie man es genau sagt, bei Lostrecht, ja, falls ihr das kennt, das ist ein kleinerer Ort oder ich weiß gar nicht, ist es ein kleiner Ort, Tina? Ja, schon. Ja, deswegen ist der Hintergrund jetzt gerade ganz, ganz anders, aber ich hoffe, euch gefällt dieses Setup dennoch, es ist ein anderes Mikrofon, aber ja, dementsprechend habt ihr jetzt auch mal die normale Lautstärke, weil sonst wird es immer mal kritisiert, dass meine Lautstärke bei meinen Reactions zu leise ist. Das liegt an meiner Mikrofoneinstellung, weil ich die, die resettet das immer wieder von neu und dementsprechend bleibt das dann irgendwie ein bisschen leise, aber jetzt dürfte es normaler Qualität oder normaler Lautstärke sein, wenn nicht, dann tut es mir leid, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem hören, ich hoffe, euch gefällt das. Wir gucken jetzt auf jeden Fall das Video an. Tanja spricht über die Trennung von Julian, Psyche und Hate von Unico, vor 22 Stunden hochgeladen, ich nehme das jetzt gerade auf, am 23.04. um 18.51 Uhr und ich würde sagen, wir legen da einfach mal los, ich habe keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Das Internet kocht, wir müssen reden. Hi Leute, heute sprechen wir mal über Tanja, ich werde das eiskalt durchziehen, ich werde den ganzen Baby-Tanja-Content und Julian-Content eiskalt noch posten, I don't give up. Wie alle mitbekommen haben, worüber wir auch schon gesprochen hatten, ist ja, dass Tanja und Julian sich getrennt haben und das sind mehrere Sachen passiert, ich möchte einmal einfach über Tanja reden, wegen Ameliums Statement, wie sie auch darüber spricht und so. Okay, also sie hat auf jeden Fall ein langes Statement gepostet, aber ich weiß nicht, ist es so ein, also das war jetzt auch schon bei Bibis Beauty Palace so ganz komisch, dass man immer, wenn sie was posten, das so schlecht lesen kann, das ist echt unangenehm. Also warum postet man eine weiße Schrift bei einem weißen Hintergrund oder teilweise weißen Hintergrund? Ich werde das nie verstehen. Mach doch einfach, oder mach doch dahinter irgendwie einen Hintergrund, so einen schwarzen Hintergrund, dass man es lesen kann. Naja, aber das ist wahrscheinlich so ein, wenn du mit Julienko zusammen bist oder mal zusammen warst, dann leidest du wahrscheinlich so darunter, dass du solche Schriften umnimmst. Nee, ich habe nichts gegen Julienko, wir gucken uns das jetzt an, mal schauen, was da kommt. So einige von euch hatten ja auch nochmal danach gefragt und an sich finde ich es ja auch schon ganz interessant, sie tut mir auch ziemlich leid, weil wie es halt so oft zu beobachten ist, und das ist ein Gespräch, das wir hier auf dem Kanal auch immer wieder hatten, ist einfach diese Tatsache, dass Frauen nach einer öffentlichen Trennung so viel Härte ins Gericht genommen werden vom Internet, von irgendwelchen Leuten, die zu viel Zeit haben, als die Typen, obwohl es halt einfach gar keine Basis für irgendwie irgendeine Art von Hate gibt. Also grundsätzlich ist es irgendwie lächerlich, sich da bei einer Trennung zu involvieren, weil ganz ehrlich, Leute, ist es wirklich so ernst? Aber zweitens auch. Ey, also normalerweise denke ich mir auch so, das ist doch eigentlich Quatsch, aber tatsächlich bekommen Frauen, ey, warum auch immer mehr Hate ab bei sowas? Also ich check das auch nicht, das war ja damals auch bei, ähm, hier Sascha Koslowski und die Freundin oder beziehungsweise Frau, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie die heißt, ey, Paula Maria, genau. Genau, äh, da war es doch auch so, dass Sascha plötzlich angefangen hat, an einem Podcast negativ über sie zu reden und so weiter und dann bekam sie richtig krass Hate und erst als sie sich mal zur Wehr gesetzt hatte, äh, hat man ihr dann auch so ein bisschen zugehört und geglaubt, aber viele waren dann auch auf der Seite von Sascha, obwohl der Typ offensichtlich, äh, sag ich mal so, ganz komische Aussagen getätigt hat, äh, gegen die Familie, äh, ja. Ne, war auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, aber ich verstehe auch nicht, warum die Frauen dann negativer dastehen. Vielleicht, weil viele Leute nicht wahrhaben wollten, dass Tanja plötzlich mit Julienko zusammen war, ich weiß nicht, ist ein ziemliches Gossipzeug, nur sich darüber Gedanken zu machen, aber ich kann es nicht nachvollziehen, warum man da so hatet. Also man kann sie ja kritisieren für die Werbungen und so weiter, aber eine Beziehung, wenn die beendet ist, ist halt so. Also, damit muss man leben und gerade als Zuschauer, wen juckt, also, klar, Leute, die sich dafür krass interessieren, die juckt das vielleicht, aber ansonsten, äh, nicht jeder passt halt zusammen und das ist in dem Fall, in dem Fall wahrscheinlich auch so gewesen. Niemand weiß, was vorgefallen ist, ob überhaupt was vorgefallen ist, ja, man trennt sich teilweise auch ohne, dass was Schlimmes passiert ist und trotzdem wird halt eine Person dann irgendwie komplett fertig gemacht und auf 0,0 Basis, das ist wirklich wild. Ich werde auf jeden Fall noch in anderen Videos über Bibi und Julian sprechen, weil ich finde das so spannend. Bibi hat ja jetzt ein weiteres kleines Comeback gehabt, aber dann war auch wieder Funkstille und über die ganze Sache will ich mit euch auch mal sprechen, weil ich finde es spannend, sie ist schon sehr taktisch mit ihren Posts, aber wie gesagt, das ist ein eigenes Gespräch für sich und da möchte ich gerne auch noch mit euch einmal über Julian sprechen, weil der zeigt sich jetzt nach der Trennung ziemlich geläutert und irgendwie so reflektiert und sieht manche Sachen anders, er spricht auch ein Video, das für einen ziemlichen Skandal damals gesorgt hat bei Bibi und ihm oder durch Bibi und ihn und auf das Video will ich dann auch mal mit euch kurz eingehen, ich habe auch ein paar Ausschnitte davon jetzt rausgenommen, das ist wirklich crazy, was da passiert ist und ich glaube, dass er in seiner Reflexion, die er da zeigt, nicht ganz ehrlich ist. Also haltet die Augen offen für die nächsten zwei, drei Videos. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber wir werden uns auch noch ein Video angucken, Unico hat nämlich noch eins gepostet, das kommt dann wahrscheinlich nachmittags online oder so und zwar heißt das Video, Julienkos Statement, ist der ein Narzisst? Das geht auch noch mal 13 Minuten, das werden wir uns auch definitiv noch angucken, weil er hatte ja mal irgendwie angesprochen, warte, ich kann euch das kurz zeigen, dass ihr Bescheid wisst, was ich meine. Denn das hier, das kam vorhin online, vor zwei Stunden, Julienko Statement, ist der ein Narzisst? Bin ich sehr, sehr interessiert, was da so rauskam. Ja, weil er hat ja auch irgendwie in der Story mal gesagt, okay, er möchte das mal testen, auf den Grund genauer narzisstisch ist oder was weiß ich. Er möchte die beste Version seiner selbst werden und was weiß ich. Und ja, keine Ahnung, was dann am Ende des Tages da rauskommt. Aber wer von sich selbst, also wenn man Narzisst ist, wer würde von sich behaupten, ja übrigens, ich bin ein Narzisst, also ich habe narzisstische Züge. Meistens ist das doch dann eh, dass gesagt wird, ja, guck mal, ich bin gar kein Narzisst und so weiter. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob das so repräsentativ ist, wenn man dann so einen Test macht. Dann sprechen wir aber erst einmal über Tanja und auch so ein paar Dinge, die sie erwähnt, zu denen ich einfach auch persönlich noch gerne was sagen würde. Tanja hat sich in einem Video-Statement gemeldet. Ich werde das mit euch jetzt natürlich durchgehen. Ein paar Sachen habe ich rausgenommen, weil es halt einfach nicht relevant ist. Und da spricht sie eben über die Trennung, wie sie damit umgeht. Sie spricht auch darüber, dass sie eben super viel Hate abbekommen hat und tatsächlich auch Panikattacken hat. Sie leitet das Ganze auch ein mit, ich glaube, dem Gefühl von Angst, berichtet sie gleich am Anfang. Ich wollte gerade anfangen zu sprechen, weil ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und es war natürlich sofort mit einer Panikattacke verbunden. Und ja. Ich glaube, mit dem Stehen ist das ein bisschen besser. Erst einmal wollte ich mich ein bisschen zurückmelden. Und ja, es wurde einfach mal Zeit, Kraft zum Duschen und so weiter kam dann auch irgendwann mal. Und das Gute ist, dass ich ganz, ganz viele, 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 viele Termine habe. Neue Termine, Dinge, die ich jetzt natürlich erledigen muss. Und ich wollte einfach erst einmal Danke sagen. Ich verstehe, dass da ganz, ganz, ganz viele Fragen sind und dann macht irgendjemand, stellt irgendwas, irgendeine Theorie auf oder faket irgendwas oder ich weiß es nicht. Und dass man sich schnell beeinflussen lässt vom Internet. Ich bin immer der Meinung und war auch immer der Meinung, dass mein Privatleben das richtig Private nicht in die Öffentlichkeit gehört. Und falls man was, falls man was gezwungenermaßen wirklich öffentlich machen muss, dass da irgendwie, dass man da gut drüber nachdenkt und so weiter. Und dass man da auch irgendwie sich Zeit lassen sollte. Und ich bitte euch einfach nur, niemanden zu hassen. Niemanden. Ich weiß nicht, ich wünsche mir einfach nur Liebe. Ich wünsche mir von jedem Menschen einfach nur Liebe. Ich finde es halt krass, auch was diese Panik hat. Ja, also klar. Ja, also ich verstehe ja, dass sie das möchte und dass sie natürlich eher Positivität möchte anstatt Negativität. Und wer generell hatet aufgrund von einer Beziehung oder aufgrund von einer Trennung, ist eh, finde ich, komplett lost. Ja, der hat da auch irgendwie den Schuss nicht gehört. Was ich aber komplett davor ziehen kann, ist die Kritik an ihren unzähligen problematischen Werbungen. Ja, also ich check das nicht. Also das verstehe ich auch bis heute nicht. Warum haben die denn so einen schlechten Ruf, sage ich mal? Also warum hat eine Tanja einen schlechten Ruf? Warum hat eine Julienko einen schlechten Ruf? Warum hatte damals eine Bibi einen sehr schlechten Ruf? Weil die immer das Gleiche gemacht haben und zwar immer scheiß Werbung gemacht haben. Ja, nicht drüber nachgedacht oder dann irgendwelche Kack-Statements rausgehauen oder gar keine Statements rausgehauen. So, haben sie dann einfach aussitzen lassen und alles ist gut. Und bei ihr, sie ist genauso mit da drin und da kann ich die Kritik komplett nachvollziehen. Und manchmal wird das dann in einen Topf geworfen mit, ja, die berechtigte Kritik und irgendwelche Hasskommentare, die noch dazukommen. Die Leute, die halt hassen, ist eh Quatsch so, weil es ist halt Kacke. Ja, und ich kann es nachvollziehen, dass es einen mit Sicherheit auch mitnimmt, gerade bei dieser Reichweite. Ja, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es schnell in einen Topf geworfen wird. Ja, das Berechtigte mit dem Unberechtigten. Was die Attacken und sowas angeht, das hat sie ja schon öfter berichtet gehabt. Und ich habe immer wieder gesehen, dass Leute sich tatsächlich irgendwie darüber lustig gemacht haben. Und ich finde das so traurig, weil das ist halt wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Panik, also grundsätzlich. Ein hohes Nervositätsrevel zu haben, ist schon etwas, was dein Leben so hart beeinträchtigen kann und auch mit Sicherheit wird. Und Leute nehmen das einfach wirklich nicht ernst, merke ich auch immer wieder. Und das ist halt super schade, weil es ist tatsächlich eine massive Beeinträchtigung für dein Leben. Mal davon abgesehen, dass es natürlich für deine Psyche nicht gut ist und tatsächlich auch physisch für deinen Körper nicht gut ist. Ich glaube, ich muss mal für ein paar Leute verdeutlichen, was eine Panikattacke eigentlich bedeutet. Man macht kein Drama aus Dingen, was ja auch immer wieder vorgeworfen wird, dass sie dann das alles so viel zu groß aufbauschen würde und sich irgendwie so als Opfer darstellen würde oder solche Sachen. Eine Panikattacke redet dir ein, dass alles vorbei ist und du kannst es nicht kontrollieren. Speziell zu Beginn, wenn es anfängt, wenn du noch nicht genau weißt, was los ist, dann denkst du tatsächlich auch, du stirbst. Also du denkst wirklich, nicht nur du denkst, es fühlt sich an wie Sterben. Ich meine, ich habe damit selbst meine Vorgeschichte gehabt und die ersten zwei, drei Male bin ich tatsächlich sogar ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil ich tatsächlich dachte, ich sterbe. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Ich war komplett davon überzeugt, ich werde jetzt sterben. Irgendwann lernt man natürlich da irgendwie auch ein bisschen mit umzugehen und solche Sachen, aber nur weil du weißt, dass es eine Panikattacke ist, ändert das immer noch nichts daran, dass deine gesamte Weltsicht für den Dauer dieser Attacke einfach komplett getrübt wird. Du denkst wirklich, es ist alles vorbei. Es ist alles vorbei. Du kannst dir so viel einreden, wie du willst. Es ist nur eine Panikattacke, das wird dir vergehen und so weiter und so fort. Wenn du drinnen steckst, bringt das alles nichts, weil wirklich dein Blick auf die Welt während diesem Schub komplett verändert wird. Und es laugt dich aus. Ja, ich denke, dass das Problem bei sowas ist vor allem, dass es zu wenig Aufklärung gibt, was es angeht. Oder wurde dir schon mal aufgeklärt, was eine Panikattacke genau ist oder was es alles für Auswirkungen haben kann, auch fürs Leben und so weiter. Ich kenne ja immer noch, weißt du, man sieht das ja manchmal bei diesen Alpha-Leuten oder, also jetzt nicht wegen, nicht bei mir jetzt hier so Alpha-Kevin, ich meine jetzt nicht diese coolen Leute wie Alpha-Kevin, ob das jetzt Alpha-Coaches sind oder Leute, die das halt so als pussyhaftes Verhalten bezeichnen oder dann sagen, ja Depressionen, die gibt es ja nicht, weil das ist ja einfach nur hier ein bisschen Psyche, ein bisschen anstrengend, einfach durchziehen und dann ist das schon wieder vorbei oder ein bisschen Sport machen. Das sind halt Leute, die verstehen nicht, dass das eine Erkrankung ist und dass man dafür halt nichts kann. Ja, und selbst wenn man dagegen ankämpft, bedeutet das nicht, dass es einfach dann weg ist oder dass es kleinzureden ist. Und ich glaube, solange das noch bei einigen Menschen so im Kopf ist, solange werden Leute sich vielleicht auch ein Stück weit, ja weiß ich, schämen oder einfach Angst haben, das zu erzählen, weil die denken, die stehen jetzt als Idioten da. Also Panikattacken, das ist ein sehr großes und auch wichtiges Thema. Und man merkt es, denke ich, auch bei Unico sehr gut, dass er selbst auch damit Erfahrungen gemacht hat, weil er bringt das relativ gut rüber. Aber ich persönlich hatte damit noch keine Erfahrungen, möchte ich tatsächlich auch nie haben. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die das schon hatten. Aber das meiste ist wirklich eine gleiche Schilderung, wie eine Panikattacke abläuft. Ich habe es auch bisher immer nur so gehört, wie das gerade Unico beschreibt. Und es ist schon sehr, sehr krass und auch ein bisschen ein bedrückendes Gefühl. Also ich hoffe, da komme ich nie rein. Ja, ansonsten viel Kraft an alle, die das regelmäßig haben oder generell das auch schon ein paar Mal hatten. Das macht dich fertig und danach hast du keine Energie mehr für den gesamten Tag. Das fährt den Körper einfach so massiv runter, weil es so viele Ressourcen verbraucht. Also wenn sie davon berichtet, dass sie Panikattacken hat, muss man das halt wirklich ernst nehmen. Das ist keine Kleinigkeit, über die man sich lustig machen kann. Da das jetzt aber einmal verdeutlicht wurde, kommen wir mal zu dem Rest, den sie so erzählt. Sie meinte ja, Leute brauchen nach Trennungen irgendwie Zeit, über Dinge zu reden. Und ich weiß nicht, was denkt ihr? Denkt ihr, da wird noch was kommen? Denkt ihr, die werden noch irgendwie näher darauf eingehen, was so deren Trennungsding war? Ja, doch, doch. Also, sorry, aber wir reden hier von Julienko und Tanja. Also gerade Julienko ist jemand, der sehr krass nach Aufmerksamkeit, also sehr krass Aufmerksamkeit möchte. Also bei dem bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er noch irgendwas macht, dass es wieder Schlagzeilen gibt. Und auch wenn ihr immer so ein bisschen so versteckt oder generell so ein bisschen versteckt spielt und dann eine längere Zeit nicht mehr da ist. Irgendwann kommt das Thema wieder auf und da sorgt er wieder für genügend Aufmerksamkeit. Vielleicht kommt irgendwann ein Placement wieder oder eine Werbung, wo er gutes Geld verdienen kann und da vielleicht noch ein paar Impressionen braucht. Und ich denke, da wird noch irgendwas inszeniert oder so. Also kann ich mir zumindest vorstellen, ob das so ist, weiß ich nicht. Aber ich schätze Julienko so ein, weil das war die letzten Jahre jetzt nicht so krass anders, dass da irgendwie was gemacht wurde, dass es nochmal ein bisschen mehr Reichweite gibt. Ja, sehr spannende Angelegenheit. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ich denke, auch von Tanjas Seite wird noch mehr kommen. Also je nachdem, wie sie natürlich auch damit umgeht. Aber wenn sie vielleicht auch merkt, okay, das wird für eine Kampagne sehr gut mehr oder viel mehr Aufmerksamkeit geben, kann ich es mir vorstellen, sagen wir es mal so. Weil, dass jemand so sich zurückzieht, wie das bei einer Bibi war, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Also ich denke, Tanja wird natürlich weiter den Weg gehen als Influencerin und da tut es natürlich auch ein bisschen gut, wenn man eine Situation, die für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, wenn man die vielleicht auch für die eigenen Zwecke nochmal ausnutzt. Ob das geschieht, keine Ahnung, aber das sind jetzt bloß Vermutungen. Ich kann es mir vorstellen, sagen wir es mal so. Schreibt gerne mal rein, ob ihr euch das vorstellen könnt, dass das Thema dort nochmal ein bisschen aufkocht, um vielleicht mehr Storyviews zu bekommen. Man weiß es ja nicht. Also er, vielleicht könnte ich mir vorstellen, er wirkt auf mich auch sehr viel offener damit, diese Dinge zu teilen und so. Ich hatte auch oft bei so Aussagen von ihm aus der Vergangenheit immer das Gefühl, also von Julian, dass er schon auch sehr eine treibende Kraft dahinter war, so diese ganze Beziehung zwischen Bibi und ihm zu vermarkten und so weiter und so fort. Ich glaube auch, was Tanja angeht, ich glaube schon, dass es auch sehr viel von ihm ausging. Auch ihre Aussagen klangen ja oft eher danach, dass sie sich gar nicht mal so wohl damit fühlt, das öffentlich so alles zu zeigen. Und auch jetzt in ihrem Statement sagt sie auch wieder so, dass sie einfach findet, dass viele Dinge eher einfach in den privaten Bereich gehören. Also keine Ahnung, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass tatsächlich noch was von ihr kommt, auch wenn sie sagt, Leute brauchen irgendwie Zeit, um über Dinge zu reden. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube tatsächlich von ihrer Seite aus nicht. Speziell, wenn dann auch erstmal eine Weile vergangen ist und so, dann hat man auch gar nicht mehr so das Bedürfnis, sich bei gewissen Dingen mitzuteilen. Und dann lässt man es auch ganz bleiben. Nun, sie spricht dann im Statement auch weiterhin dann auch über ihre aktuelle Gefühlslage und was ihr so geholfen hat. Zum Beispiel so Community und Storys aus der Community und Esoterik. Ich würde natürlich lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gut geht. So ist es natürlich nicht. Aber ja. Mir haben eure Geschichten viel geholfen und was ihr so durchmacht, was euch angetan worden ist von Menschen, die ihr geliebt habt. Oder die ihr immer noch liebt. Entschuldigung. Ich bin sehr unkonzentriert im Moment. Ich merke das selber, dass ich viele, viele Dinge vergesse. Also es ist ganz verrückt. Eigentlich ist das crazy. Wir reden hier darüber, wie lange waren die beiden zusammen. Wobei mittlerweile auch schon zwei Jahre. Ich glaube schon zwei Jahre oder so. Und dass sie so darüber spricht, als wären das wirklich so überkrass einschneidende Ereignisse. Also ich meine, es ist ein einschneidendes Ereignis. Aber so, als ob das so das komplette Leben geprägt hätte. Und auf einmal so zack, passiert was komplett Krankes. Ja, aber scheinbar nimmt das sie wirklich sehr krass mit, dass sie so darüber spricht. Auch mit, dass sie sehr unkonzentriert ist. Sich nicht, ja, oder sehr nervös ist die ganze Zeit. So ist auf jeden Fall heftig. Also keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wie es bei mir wäre. Aber, ach, keine Ahnung. Aber ich bin auch nicht mit dem Julienko zusammen gewesen. Deswegen kann ich es da schlecht urteilen. Vorzeitgedächtnis ist komplett im Arsch. Ich weiß nicht. Das wird wieder und es ist auch in Ordnung. Und, ähm, ja. Gestern war, ich weiß, viele von euch glauben nicht daran. Ihr wisst, ich glaube daran. Gestern war der Vollmond, Sonnenfinsternis und so weiter. Also perfekt zu manifestieren. Ich hoffe, ihr habt das alle gemacht. Also nein, habe ich nicht gemacht. Um was zu manifestieren? Warte, warte, warte. Nur weil, okay, weil Vollmond war, war es gestern ein guter Tag zu manifestieren. Aber was denn? Also was wolltest du denn manifestieren? Aber war das nicht auch irgendwie so literally der schlechteste Zeitpunkt ever für sowas? Keine Ahnung. Ich bin auch die Letzte, die wegen sowas Aufmerksamkeit haben will. Wenn ich sage, mir geht es absolut nicht gut oder keine Ahnung. Aber ich glaube, dass, wenn ich irgendwie erzähle, zum Beispiel was mit den Panikattacken, das hat so vielen Menschen geholfen. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Wenn eine Person des öffentlichen Lebens darüber spricht, Panikattacken zu haben oder wirklich, wirklich absolute Herzschmerzen hat und unglaublich traurig ist, dass man, manchmal braucht man das, dass man merkt, man ist nicht alleine mit solchen Gefühlen. Und ja, ich bin immer ehrlich und ich teile meine Gefühle, ob es dem manchen gefällt oder nicht. Ja, also doch, Tanja ist immer ehrlich. Also sie hat noch nie gesagt, dass ein Rosenquarz, ein Rosen... Dass sie auch dieses Placement angenommen hat. War sie bestimmt auch alles komplett... Also sie war generell komplett ehrlich und sie war auch der festen Überzeugung, dass diese Heilsteine von Marvin da helfen. Das ist klar. Ja, und auch diese Ausräucherung mit ein paar Stäben. Ja, nee, also keine Ahnung. Ich will mich da gar nicht so sehr drüber lustig machen, aber ich glaube nicht, dass ich in jeder Situation immer ehrlich zu den Zuschauern war. Also die hat schon, die hat auch schon scheiße, also sehr große Scheiße beworben. Und da hat sie auch nicht zugegeben, dass es scheiße war. Ne, weil so Trendyall ist jetzt auch nicht... Also steht jetzt nicht so für das Positive oder für ein ganz positives Unternehmen. Oder halt diese Heilsteine und Lottoland und was alles da beworben wurde. Also das ist jetzt kein Zeichen von purer Ehrlichkeit. Ne, also es ist so ein bisschen eher dreist. Aber gut, aber gut. Ja, vielleicht war sie für sich persönlich, sagt sie vielleicht von sich aus, okay, sie war ehrlich, aber ob das dann immer gut ist, weiß ich gar nicht. Ne, also vielleicht hätte man dann auch mal zu sich selbst unehrlich sein können, um zu sagen, okay, ich bewerbe nicht Lottoland. Ja, so auf jeden Fall verrückte zwei Wochen und ich versuche, ja. Ohne Witz, ich habe das in letzter Zeit auch immer wieder gemerkt, wie gut es teilweise tun kann, einfach von anderen Leuten zu hören, dass sie ähnliche Problematiken haben. Speziell halt auch einfach von Leuten, bei denen man es nicht denken würde. Klar, es ist natürlich immer schön, irgendwie jemanden zu haben, wo man sich verstanden fühlt oder so. Aber ich finde halt speziell so Leute, bei denen man das nicht denkt, für mich persönlich, geben einem da noch irgendwie was Zusätzliches. Einfach durch die Tatsache, wenn man denkt, okay, aber wenn du das hast und trotzdem noch irgendwie Sachen auf die Reihe kriegst, dann ist das ja ein guter Ausblick für mich, so in dem Sinne. Versteht ihr, was ich meine? Und ich denke für viele Leute, ich persönlich habe das ja nicht, das habe ich auch schon öfter berichtet, nicht so dieses Fan-Ding irgendwie. So, keine Ahnung, ich kann dazu einfach nicht relaten, so Fan von irgendwas so wirklich zu sein. Aber ich glaube tatsächlich eben für viele Leute, die... Hey, das stimmt, ich weiß nicht, seid ihr Fan von jemand? Also irgendwie, ich bin, ich habe jetzt nicht dieses Fan-Feeling. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie habe ich das nicht. Früher vielleicht schon, also da war ich jetzt aber auch nicht so überkrass Fan. Also war ich ja auch von einem Fußballer so, Stephen Gerrard. Grüße gehen raus, ja, da hatte ich sogar ein Plakat damals gehabt. Aber ansonsten jetzt Fan war ich auch nicht so direkt. Keine Ahnung. Also das gibt mir auch gar nicht so diese Feelings. Klar, man hatte damals auch so gesagt, okay, krass, der YouTuber ist heftig und so. Gerade Dena früher oder auch Inscope. Aber ich weiß nicht, je älter man wird, desto weniger ist man Fan von jemandem, oder? Also wenn dann, okay, fühlt man vielleicht einen Influencer oder versteht sich so mit dem auf einer Ebene so ein bisschen. Aber jetzt so Fan zu sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also ich persönlich bin es nicht, aber ich glaube, das kommt wirklich auf die Person drauf an, wie sie oder welche Feelings sie dabei hat. Also manche sind ja wirklich so Ultra-Fans, was ich heftig finde. Es gibt ja auch viele, die im Verein oder so, die ihren Fußballverein da unterstützen und bei den Ultra sind. Das ist absolut sick. Also ich check das nicht, aber wer so eine Passion hat, ist ja eigentlich auch gar nicht so extrem schlimm, würde ich meinen. Wie das haben, ist diese Thematisierung von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, auch irgendwie ziemlich wichtig. Einfach auch wegen diesem Statusding, dieser Anerkennung, die sie da natürlich entgegenbringen. Aber auch abseits davon, ich denke auch für viele Leute, die vielleicht auch tatsächlich dieses Fan-Ding nicht so haben, ist es ganz cool, weil ich meine, dass sehr viele Leute wahrscheinlich auch in ihrem Alltag und in ihrem Privatleben nicht so viele Leute um sich haben, von denen sie sich wirklich verstanden fühlen. Wir haben auch so eine richtige Einsamkeits-Epidemie und wenn du da niemanden hast, dann ist vielleicht auch sowas ganz gut. Wenn jemand auf einer öffentlichen Plattform einfach mal darüber redet, so hey Leute, ich habe auch diese Probleme und mir geht es ganz schön dreckig. By the way, weil es jetzt auch unter dem letzten Video schon wieder anfing und bevor es jetzt hier in den Kommentaren wieder aufkommt, Ich werde irgendwann auch noch was zu meiner Vierteljährigen Abwesenheit sagen. Ich habe da halt ehrlich gesagt aktuell einfach gar keinen Bock, will ich einfach nicht. Ich werde sicher noch irgendwas dazu sagen. Also, ich weiß nicht, wenn er da nicht möchte. Also, ich kann nur an der Stelle sagen und auch raten, sprich erst dann drüber, wenn du auch Lust drauf hast. Und wenn du keine Lust drauf hast, sprich halt nicht drüber. Niemand zwingt dich dazu und wenn es dir halt jetzt gut geht und du Videos machen kannst, ist ja alles entspannt, ist ja alles schön. Ich glaube, da freuen sich eher die Leute drüber. Also, man muss da nicht unbedingt drüber sprechen. Ist bei mir auf dem Drittkanal zum Beispiel so. Da kamen jetzt ja die letzten zwei Wochen gar nichts oder drei Wochen mittlerweile sogar, weil einfach momentan viel los ist. Also, momentan der Hauptkanal, der Zweitkanal, Twitchkanal. Tina ist ja bei mir mittlerweile auch eingestellt. Und wir sind momentan auf der Suche nach einem Haus. Ja, und wir haben jetzt vielleicht sogar demnächst eine Hausbesichtigung. Das wäre natürlich eine richtig geile Sache, wenn das irgendwie funktioniert. Da steht momentan wirklich viel an. Und ja, deswegen ist das mit dem Drittkanal. Es ist super schwierig, das alles so zu managen, wenn man jetzt hier nicht zehn Angestellte hätte. Ja, oder beziehungsweise, wenn man zehn Angestellte hat, würde das wahrscheinlich viel, viel einfacher gehen. Aber das ist bei uns ja jetzt nicht so. Und dementsprechend ist das ein bisschen schwierig, drei Kanäle aktiv zu bespielen. Und ich habe da auch keine Lust mehr, eine Rechtfertigung zu geben. Ich sage dann meistens auch, okay, jo, es hat halt funktioniert oder es hat halt nicht funktioniert. Mal hat man Zeit, mal hat man keine Zeit, dann ist alles gut. Und ich glaube, jeder kann es relaten, weil nicht jeder auch selber immer zu jeder Zeit fähig ist, direkt jetzt zu arbeiten und dort sich noch vor die Kamera zu setzen und so weiter. Das ist dann einfach auslaugend, würde ich meinen. Aber jetzt ist nicht der Moment. Sie scheint auf jeden Fall gut voranzukommen mit ihrem ganzen Ding. Sie scheint auch ein gutes soziales Netz zu haben. Wie, was für eine unglaublich tolle Familie ich habe. Also nicht, dass ich das schon vorher wusste, dass meine Geschwister, meine Eltern und meine Freunde, die ich zu meiner Familie zähle, die Besten auf der Welt sind. Aber ja, es ist mir auf jeden Fall, also ich bin da wirklich, das ist das Einzige, was wirklich zählt. Mit Gesundheit natürlich. Und ich bin denen allen wirklich unglaublich dankbar. Ich glaube, es waren auch für die sehr anstrengende zwei Wochen, zwei bis drei Wochen. Und ich, keine Ahnung, weil ich, mein Kopf ist völlig durch. Und ja, für die muss das auch irgendwie hart gewesen sein. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt bei den beiden weitergeht. Natürlich unabhängig voneinander. Aber Julia meinte in irgendwelchen Storys, er ist jetzt unterwegs und hat Termine beim Notar. Sie meinte, sie hat irgendwie lauter wichtige Termine. Und das sind... Ja, Julienko ist ja ein krasser Businessman. Und natürlich hat er Termine beim Notar. Ja, wahrscheinlich für die nächsten Häuser, die er da erwerben will und vermieten will. Nee, keine Ahnung. Ja, aber nee, Julienko ist ja ein krasser Businessman. Der informiert sich ja sehr krass über Finanzen, Krypto, Häuser. Und dementsprechend kann man natürlich auch die eine oder andere App dafür bewerben, die einem da ein bisschen Einblicke gibt. Nee, finde ich, finde ich ist eine wilde Sache. Nee, aber Julienko auch. Ich finde, absolut auch gar kein abgehobener Typ. Ich bin sehr gespannt auf das Video, was wir uns danach jetzt direkt angucken. Und zwar das Julienko-Statement. Ist ja ein Narzisst. Weil... Also ich kann es mir... Ich kann es mir tatsächlich durchaus ein Stück weit vorstellen. Jetzt so voll narzisstisch, weiß ich nicht. Keine Ahnung, das vielleicht nicht. Aber ich weiß nicht. Er ist schon sehr krass von sich selbst überzeugt. Und bei Fehler oder auch bei Kritik ist er gerne auch einfach mal ein bisschen leiser. Na gut. Aber wir gucken uns das noch zu Ende an. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter in die nächste Reaction. Wobei er in die Community gedacht hat, für mich klingt das alles so, als hätten die vielleicht an einem gemeinsamen Projekt für Tanja oder sowas gearbeitet. Und das wird vielleicht... Natürlich ist das jetzt komplett aus meinem Kopf. Ja, Leute. Das habe ich mir jetzt so zusammengereimt. Das ist keine Aussage von denen. Aber für mich klingt das halt so ein bisschen, als hätten die vielleicht an einem gemeinsamen Projekt oder sowas für sie gearbeitet. Und das wird jetzt auf sie überschrieben oder so. Keine Ahnung. Also es klingt für mich auf jeden Fall, als würde sie zumindest daran arbeiten, irgendeine Sache rauszubringen. Bin mal gespannt, was es sein wird. Ich glaube, das mit dem Kalender damals lief ja nicht so gut. Der wurde ja dann auch wirklich immer weiter reduziert. Aber gut, das ist ja jetzt auch kein richtiges Produkt oder sowas gewesen. Das ist diese eine Marke, die doch die ganze Zeit diese Influencer-Kalender macht. Kann man sich kaufen, wenn man da Bock drauf hat. Ist jetzt aber natürlich auch nichts langfristiges oder wo wahrscheinlich super viel Herzblut dahinter steckt. Naja, was sagt ihr so zu dem Ganzen? Ich habe mir eure Meinung jetzt gerne unten in der Kommentare. Ja, also erstmal gutes Video. Danke für die Information, lieber Juniko. Gebt auf jeden Fall ein Like, Leute. Der Link ist unten in der Beschreibung. Checkt das Video unbedingt ab und lasst ein Abo da bei Juniko für die 140.000 Abos. Ich wünsche auf jeden Fall Tanja da alles Gute, eine gute Besserung. Also es ist ja klar, dass die Situation natürlich kacke ist, wenn sie da schlecht geht. Also mich würde es trotzdem freuen, wenn sie vielleicht mal darüber nachdenkt, welche Werbungen sie so macht. Also ich meine, man muss jetzt nicht immer so die absolut perfekte Überwerbung machen oder so. Darum geht es gar nicht. Also man kann natürlich auch mal eine Werbung machen, wo vielleicht nicht jeder extrem zufrieden ist. Und da will ich gar nichts zu tausend Prozent dagegen sagen. Aber also sie steht halt wirklich, also die Werbungen, die ich bisher immer mitbekommen habe, waren ziemlich problematisch. Und das ist kritikwürdig. Wer wirklich sagt, kritikwürdig ist es, eine Beziehung oder eine Trennung zu thematisieren und auszuschlachten, mehr oder weniger, in Form von Hate und Hass und Hetze und was weiß ich, ist halt einfach lost. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie man so hobbylos sein kann, um sich da wirklich dahinter zu klemmen. Es gibt ja Leute, die dann wirklich stundenlang vorm Handy hocken, um irgendwelche Kommentare zu schreiben und Videos dagegen anzugucken und so weiter. Ja, finde ich ein bisschen überzogen. Auch wenn ich jetzt kein großer Fan von Tanja oder von Julienko bin. Aber hört einfach auf, die Beziehung an und für sich oder diese Trennung zu bewerten. Mann, wen juckt das am Ende des Tages? Entweder es passt halt oder es passt nicht. Und da ist dann das ganze Drama eh kompletter Quatsch. Ja, ich danke euch aber jetzt nun fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Reaction hier aus den Niederlanden gefallen. Wenn ihr, lasst gerne ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderhübschen Tag. Und wie heißt es so schön? Stänkchen und Zwängchen. Euer Alpha Kevin. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.